Mein Name ist Benno Knopf und ich leite ein Team für Process Transfer und Product Engineering. Ich suche Mitarbeiter mit dem Studien der Biotechnologie, des Bioingenieurwesens oder der Bioverfahrenstechnik. Böhring-Lingenheim hat weltweit ca. 48.000 Mitarbeiter, wovon hier am Standort Biberach, wo der Hauptteil der biopharmazeutischen Produktion stattfindet, ca. 4.500 Mitarbeiter sind. Die Tätigkeit eines Mitarbeiters in meinem Team ist der Transfer von biotechnischen Produkten von unserer eigenen Entwicklungsabteilung oder von Kunden direkt in die großtechnische Produktionsanlage. Für den Bewerber wäre es wichtig, die englische Sprache zu beherrschen, weil es sehr viele Meetings in Englisch gibt. Fachliche Fähigkeiten sind im Schwerpunkt Upstream, also in der Fermentationstechnologie, oder im Schwerpunkt auch Downstream, das sind Chromatographietechniken oder Tangentialstromfiltrationstechniken. Der Mitarbeiter sollte Erfahrung zwei bis drei Jahre im großtechnischen, pharmazeutischen, biotechnischen Bereich mitbringen. Das Unternehmen Böhring-Lingenheim investiert sehr viel in den Bereich Forschung, Innovation, Mitarbeiterentwicklung, um für die Zukunft gewappnet zu sein. Wenn Sie Interesse haben, Mitglied dieses Teams zu werden, dann bieten wir Ihnen eine herausfordernde, zukunftsorientierte Tätigkeit mit der Möglichkeit zur internen Weiterentwicklung. Vai י Wait Bis zum nächsten Mal.